Layla kann es nicht fassen. Ausgerechnet vor ihrem ersten Wettkampf, als sie ihn am meisten braucht, bietet sich Moritz eine einmalige Gelegenheit. Derweil verabredet sich Isabelle mit Yannick zu einem Date. Doch dann taucht Kim überraschend auf der Bildfläche auf, und Isabelle ergreift panisch die Flucht. Das hat ungeahnte Folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017